In dem Bereich People and Organization, der ist natürlich tatsächlich irgendwie maßgeblich auch ein Treiber von einer erfolgreichen Digitalisierung. Und das mag im ersten Augenblick nicht ganz klar sein, warum das so ist. Weil Digitalisierung, dafür denken wir zunächst irgendwie an Computer, an IT-Lösungen, an technische Dinge. Aber wenn ich mir anschaue, was sind denn die großen Herausforderungen, die sich zurzeit fast jedes Unternehmen stellt, dann ist es erstens definitiv bei jedem Talentwork. Wie bringe ich die richtigen Mitarbeiter an Bord? Wie halte ich meine Mitarbeiter? Wie entwickle ich sie? Wie stelle ich sicher, dass wir die Kompetenzen haben? Ja, wer, wenn denn nicht HR, treibt das denn voran? Ich glaube, man kann sehr viel mehr messen, als man glaubt. Ich bekomme gerade im People-Bereich, ich höre das ja sehr häufig, das kann man nicht messen. Das sind ja alles so softe Sachen. Und da widerspreche ich immer vehement. Denn tatsächlich kann ich sehr viel mehr messen, als ich das eigentlich glaube. halt hier. Im Benutfin Im